Kommen Sie zur Hofer Weinmesse. Der Rotary Club Hof Bayern lädt ein. Genießen für den guten Zweck. 36 Weingüter aus namhaften Weinregionen in Deutschland, Italien und Südafrika. Über 150 verschiedene Weine. Ein einmaliges Event in unserer Region. Gehen Sie auf internationale Weinreise. Am kommenden Samstag von 14 bis 20 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle. Weitere Informationen unter hofer-weinmesse.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017